Was war das schönste Geschenk, das Sie in den vergangenen Tagen bekommen haben? Ja, zunächst einmal sehr herzlicher Dank Ihnen, Herr Schleff-Redakteur und Ihnen, Frau Nelson, für die gute Idee, dass Sie hier diese Veranstaltung machen. Aber ich darf mich also auch bedanken für die ganz herausragend umfangreiche und gute, tiefe Berichterstattung im Vorfeld des Geburtstages. Und jetzt, das ist mir ein großes Bedürfnis dafür, einen herzlichen Dank zu sagen. Und jetzt, das ist mir ein großes Bedürfnis. Und jetzt, das ist mir ein großes Bedürfnis. Das ist mir ein großes Bedürfnis. Vielen Dank.